Manuela Sofia Kuhn-Martin Performance in the water A paint which is moving in the water Die Farben tanzen, sie tanzen mit dem Wind, sie tanzen mit dem Meer und den Wellen, dem Rauschen und dem Rauschen in den Zweiten. Die Zeit, The Time, sie hat sich aufgelöst, um sich wiederzufinden. In der Ruhe, in der Kraft, die Farben, Formen und Bewegung geben. Ich bin still, folge den Farben, die sich mit der Zeit auflösen, sich bewegen. Und sich im Tanzen, in den Rhythmen wiederzufinden. Und sich im Tanzen, in den Rhythmen wiederzufinden. Der Rhythmert